Es war mal ein junger Hirt, der heiraten wollte und er hat drei Schwestern gekannt, von denen war die eine so schön wie die andere. So, dass es ihm schwer gefallen ist, auszuwählen und sich zu entscheiden, welche von ihnen er heiraten sollte. Da hat er seine Mutter um Rat gefragt, die gesagt hat, «Lade alle drei ein und serviere ihnen einen Käse und dann schaue, wie sie den Käse anschneiden.» Das hat der junge Mann dann gemacht. Die erste aber hat den Käse samt der Rinde abgeschlungen, die zweite hat pressant die Rinde abgeschnitten, weil sie es aber so pressant hatte, hat sie noch viel Gutes übrig gelassen und hat das dann weggeschossen. Die dritte hat die Rinde säuferli abgeschält, nicht zu viel, nicht zu wenig. Der Hirt hat das dann alles seiner Mutter erzählt. Da hat sie gesagt, nimm die Dritte zu deiner Frau. Das hat er dann gemacht und war mit ihr das Leben lang zufrieden und glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020